Familie und Beruf.online, Plattform zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nicht erst seit den Zeiten des Fachkräftemangels sind Mitarbeiter mit Familie und Kindern bei Arbeitgebern gerne gesehen. Viele Unternehmen schätzen die langfristige Zuverlässigkeit und innere Einstellung von Mitarbeitern mit familiären Verpflichtungen. Auch Herr Schmidt, Geschäftsführer eines mittelständigen Unternehmens, wünscht sich mehr Mitarbeiter mit Familien. Auch seinen vorhandenen Mitarbeitern möchte er hinsichtlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf zukünftig mehr bieten. Leider weiß Herr Schmidt nicht so recht, wie er dies in seinem Unternehmen und seinen begrenzten Mitteln machen soll. Dank dem Bereich für Arbeitgeber auf der Plattform Familie und Beruf.online findet er aber viele Informationen und Anregungen. So erfährt er auch von Möglichkeiten, Mitarbeiter mit Familien finanziell oder logistisch zu unterstützen. Er findet auch Informationen zu zum Beispiel alternativen Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Arbeit und sogar Kinderbetreuung. Dank der vielen Informationen konnte Herr Schmidt vieles davon umsetzen und sein Unternehmen ist nun in der Plattform als besonders familienfreundlich aufgelistet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017